Was geht ab meine Freunde, JB ist im Start. Wieder mit einer Folge von The Heist. Folge 3, wir sind jetzt hier ziemlich weit unten angekommen. Hier ist sogar so eine Map und Roboter. So, schau mal was hier abgeht. Der macht nix. So, Level 1 Heck, Engineering Workshop, hier sind ganz viele Recharge Stations, die sogar funktionieren. Sehr schön, ansonsten ist hier auch nix. So, hier ist wieder was zum Hacken. Head of Research, Level 2. Gummisch noch nicht rein. Machen wir lieber meinen Sensor wieder an. Ventilation, Palm Room and X-Ray Research. Auch Level 3 hier. Ich muss echt da runter, aber da kommt jetzt der Roboter gerade. Müssen wir den einmal abwarten. Ich mach mal aus das Ding hier. Ansonsten zu viel Energie. Geh. Geh. So. Kameras. Haben wir. Ventilation. Pump Room. Pumpe B. Sieht ganz nett aus. Ah, guck mal hier brauchen wir eine rote Key Card. Hier ist nix drin. Oh. Boiler Room. Hier ist auch nix. Ne, ich denke mal da wird auch nie was drin sein in diesen, in diesen Dingern. Okay. Was haben wir hier? X-Ray Research. Wir brauchen eine grüne Karte für. Customer Service. Was ist das hier? Mach ich mal das Ding mal aus. Oh, hier geht so hin was zu hacken. Mail. Public Service. Any lost items like here is lost and found which is located on floor minus 2 in the Security Office. Ah. Red Key Card. Wenn das mal nicht ein Zufall ist. Ich glaub ich mach es doch mal ein bisschen mehr diese Schubladen abchecken. Na. Hier auf jeden Fall wieder ist zum hacken. Na. Noch eine Mail. Hey. The hell. Hmm. Didn't realize. You should have seen the size of the icon on the desk. There's a yellow sticky note on the desk. It's visible. The history of mankind. Ah. Ich seh nicht was er meint, aber okay. So. Was haben wir hier? Server Room. Hacken. Ja. This is an education that we are able to get into the. Look for a customer support. Ah. Da war jetzt nur ein Tipp wo ich die Karte finde die ich schon gefunden habe. Web Development. Hacking. Ah. Es gibt also irgendwo eine Notiz mit einem zehnstelligen Code mit dem man den Aufzug benutzen kann. Hacken. Ah. Guck mal. Wenn ich in den Sensor Research gehe, dann kriege ich so eine Karte. Oh. Der kommt in meine Richtung. Das ist nicht gut. Hier ist noch einer. Sensor Research. Wo. Okay. Fast verloren. Fast verloren. Fast verloren. Okay. Los. Dreh dich. So. So. Keine Kameras mehr. So. Das ist das Web Development. So. Das ist. Ach Quatsch. Sensor Level 2 Upgrade. Sensor Level 2 Upgrade. Nein. Okay. Wahrscheinlich Key Card weg. Jawohl. Ja. 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 Blablabla. So. Security Office komme ich nicht rein. Hier kommt ein Roboter um die Ecke. hier. Hier war nichts. Hier war auch nichts. Oh. Kamera. Die sich glaube ich nicht dreht. Hier kann ich lang in Customer Service. Dann ist hier. Nein. Hier. Nein. Hier. Nein. Nein. Key Card. Roboter. So. Und dann muss ich hier drüben rein. So. Für das Upgrade. Mal gucken was es jetzt macht. Aha. Sensor now has lower energy consumption. Sensor now has lower energy consumption. Sensor now has to display the map of the floor there and they can do this when sensor the user looks directly down. Krass. Das hier. Das ist nicht schlecht. Mit der Map. So. Der kommt hier rüber. Dann gehe ich mal hier lang. mal gucken. So. Das war hier nochmal. Ah ja. Das mit dem Customer Support wo die Key Card da ist. Die rote Key Card. Wo brauche ich die? Komm. Hau mal rein Peter. No key card this time. I guess you're gonna have to find the code. Ja. Wir sind einfach Level 3 ne. Okay. Jetzt kann ich hier. Hier war ich schon ne. Hier war nix. Ach komm. Hier bin ich reingekommen. Okay. Level 1 Hack. Hier kann ich genau. Hier kann ich auch. Hier kann ich auch. Voll laden. Wo will ich eigentlich hin? Ich vermute wieder irgendwie in die Lüftung ne. Ich bin hier. Ich könnte da rein. Ich weiß überhaupt nicht wo ich hin muss. So. Was haben wir hier? Head of Research. Da komme ich so auch nicht rein. Security Office. Security Office auch nicht. Security Office auch nicht. Security Office auch nicht. Das heißt ich werde irgendwie hier. Ach gucke mal. Zack. Dankeschön. Dankeschön. So. Links oder rechts? Links geht's in Security. Also links. Tadaa. Lost and Found. Green Key Card. Yes. Kann ich die nicht? Ja. So. Hier wird sonst nix mehr drin sein. Aber die kann ich noch hacken. Alarmstatus zurücksetzen. Danke. Gehe ich jetzt auch mal hier hin. Gucken ob ich da irgendwo. Oh. Ne. Da will ich nicht rein. Oder will ich das? Ähm. Da komme ich her. Ja. Ich muss hier. Oh. Oh. Wetten genau unter mir sind Roboter. Wusste ich's doch. Du elendiger. So. Jetzt habe ich die grüne Key Card für hier. Hier gibt's wieder ein Upgrade. Und zwar. Oh was. Und viertes. X-Ray Mode. Jo. To see through clay walls. This effect works like. Aha. 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 Das ist heftig. Recharge erstmal. Du Hund. So. Ähm. Wo. Kamerad. Ah. 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 Nein. 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 Von wo. Ich wusste nicht wo. Ach, nö. Ah. 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 Ok, ähm, kriege ich schnell zusammen, glaube ich. So, ich muss nämlich erst hier hin, lass mich rin, so, Sensor Upgrade Level 2, dann die Keycards einmal holen, hier beim Customers Support, da kommt ein Roboter, hau ab, du Hund. Hier ist nochmal eine Kamera. So, mit der Keycard kann ich hier rein. Wenn man das einmal gespielt hat, ne, super easy. Zack, 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 hier die Keycard. Dann klare ich immer meinen Alarmstatus. So, da brauche ich noch meinen, ne, Sensor Level 2 habe ich jetzt. So, mit der grünen komme ich dann hier rein. Für mein X-Ray Upgrade. Und nun, hier war ich jetzt schon, ne, an dieser Stelle. Wo muss ich denn hin? Ich brauche diesen Code, ne? Schauen wir mal auf die Map. Wo könnte der denn sein? Elevator, Security, Recharge. Also bei Security war ich drin, bei Research war ich drin in beiden. In den Offices war ich drin. Hä? Ich glaube, ich muss nochmal alle Büros durchgehen. Dann nenne ich mal X-Ray den Sensor Modus. Dann kommt nämlich gerade einer. Die Kamera hier. Ah, gut. So. Weil da war ja, irgendeiner hatte an seinem PC diesen Code auf nem Zettel drauf. So. Das ist Level 3, komme ich nicht rein. Hier vielleicht. Wenn ich so hier stehe und mein X-Ray mache. Da ist er ja. Nice. Aber irgendwie wusste ich, dass sowas kommt. So. Wo war jetzt der Aufzug? Ach, ich gucke mal auf meine Karte. Moment, das ist er doch hier. Oder nicht? Komm, mach uff. Ernsthaft, Roboter. Uh. Bitte bieg rechts ab. So. So. No key card this time. I guess you're gonna have to find the code. Ich hab den Code doch. Nice. Und abwärts. Ja, Freunde. Das war's wieder heute mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lass doch einen Kommentar da. Positive Bewertung. Ich freue mich über alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.